Heute zeige ich wieder fünf Tipps zu deinem MBUX-System in deinem neuen Mercedes. Los geht's! Wir starten direkt mit unserem ersten Tipp und diese Frage bekomme ich häufig gestellt, wenn Fahrzeuge auf Probefahrt gehen. Dann kommt immer die Frage, muss ich eigentlich tanken? Musst du nicht, aber wäre gut, wenn du es machst. Und wo ist der Tankdeckel und was muss getankt werden? Was getankt werden muss, steht meistens immer auf der Innenseite des Tankdeckels. Die Frage ist immer, wie fahre ich richtig an die Zapfsäule? Ist der Tankdeckel jetzt rechts oder ist er links? Wenn man Mercedes fährt, weiß man meistens, dass er bei den kompakten links ist und bei den Verbrennern oder bei den etwas größeren auf der rechten Seite. Aber es gibt eine ganz einfache Lösung dafür. Und zwar sehen wir jetzt hier auf der linken Seite einmal unseren Tankinhalt. Sprich, wir haben jetzt etwas Tanküberhalt voll, haben 327 Kilometer Reichweite und hier ist so eine Zapfsäule. Und links neben der Zapfsäule ist ein Pfeil, der natürlich auch auf die linke Seite zeigt. Das heißt, auf der linken Seite tanken wir unseren Sprit. Und da es sich um ein Plug-in-Hybrid handelt, haben wir natürlich auch eine Steckdose. Und damit wir wissen, wie wir richtig an die Laderülle ranfahren, müssen wir natürlich wissen, wo ist dafür die Ladeklappe oder wofür ist die Buchse, um das Kabel einzustecken. Deshalb haben wir hier auf der rechten Seite einmal unsere Reichweite, unsere Batterie abgebildet und den Pfeil nach rechts. Das bedeutet, auf der rechten Seite ist die Lademöglichkeit des Fahrzeuges. Und das ist übrigens eigentlich in fast allen Fahrzeugen so, die, ich sag mal, aktuell sind. Und so habt ihr hoffentlich eine Art Lifehack, um in fremden Autos nie wieder falschrum an der Tankstelle zu stehen. Weiter geht's mit Tipp Nummer zwei. Aber bevor wir mit dem Tipp Nummer zwei beginnen, habe ich noch ein bisschen Werbung in einer eigenen Sache. Ich sitze jetzt gerade hier in Julians Auto. Julian nutzt tatsächlich ganz gerne Handcremen und manchmal ist der Bildschirm dann etwas fettig. Aber auch so, wenn man den Touchscreen benutzt, hat man immer oft sehr starke Fingerbrücke auf dem Bildschirm. Und um genau das wegzumachen, oder vermeiden kann man es nicht, aber um genau den Bildschirm sauber zu halten, haben wir uns etwas überlegt. Und tatsächlich ist es jetzt ganz neu. Ihr findet es eigentlich ab jetzt im Shop. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar gibt es einmal ein einzelnes Teil, was ihr gleich sehen werdet, und das komplette Set. Und was das kostet, das seht ihr natürlich hier im Shop, ist unten verlinkt, meinanders.tv. Aber was ist das Ganze? Ich mach's mal auf. Und zwar ist das unser Mein Anders TV Display Reiniger. Also wenn wir jetzt zwei Sprayer in unserem Set und auch dann einmal den QR-Code, der zur Bedienungsanleitung geht, da gebe ich euch nochmal Tipps zur richtigen Verwendung. Und hier drunter ist tatsächlich noch der Screen Cleaner Refill. Muss ich mal vorsichtig auspacken. So sieht's aus. Und damit können wir natürlich unseren Display Reiniger auffüllen. Das heißt, es ist eigentlich relativ nachhaltig. Wenn er leer ist, dann ist er nicht kaputt und kann weggeschmissen werden, sondern wir können ihn einfach auffüllen. Wie funktioniert das Ganze? Ich hole ihn aus der Kunststoffumwandlung raus, damit er natürlich immer sauber bleibt. Sprühe auf dem Bildschirm und wische das Ganze sauber. Und tatsächlich erzielt es fast immer perfekte Ergebnisse. Nein, es erzielt immer perfekte Ergebnisse, wenn man es richtig anwendet. Und damit habt ihr einen fingerabdruckfreien Bildschirm. Jetzt geht es aber weiter mit Tipp Nummer zwei. Das war genug Werbung in eigener Sache. Wir wollen weitermachen. Und zwar kommt häufiger die Frage, wie kann ich am besten eine Navigationsadresse eingeben im Navigationssystem. Natürlich, klar, einfach über die Sprachsteuerung, über HeyMercedes. Oder aber direkt über die Eingabe im Navigationssystem. Was aber noch einfacher ist und was ich tatsächlich gerne benutze, wenn ich zu Hause bin oder im Büro bin und vielleicht zum Kunden rausfahren muss. Dann habe ich die Adresse oftmals an meinem Computer und will die ja nicht mehr ins Auto nehmen, sondern nimm einfach mein Handy zur Hand. In diesem Fall ist es jetzt Julians Auto und Julians Handy und öffne die Mercedes Mi App. In der Mercedes Mi App haben wir einmal die Startseite, dann das Fahrzeug und hier rechts einmal so ein Ortungspfeil. Und wenn wir auf den Ortungspfeil tippen, sehen wir natürlich, ah, alles klar, da ist unsere Autozündung an, deswegen ist der Pfeil rot. Gut, ich möchte jetzt ein Adressen ans Navig schicken und zwar gebe ich mal ein, was machen wir denn, Auto, Haus, Anlass in Vechta, da, Karl Friedman, Straße 7. Das wähle ich aus und sage jetzt, hier habe ich den Punkt ans Fahrzeug senden, kann man natürlich eine Route anzeigen lassen oder auch diese Adresse teilen. Ich gehe auf Anlassfahrzeug senden, Mercedes möchte Windows verwenden, das ist okay, senden und zack. Da sehen wir schon, Ziel wurde von Mercedes Mi auf Julians iPhone empfangen. Das ist jetzt die eine Variante und zwar ist das die Variante, wenn wir im Auto sitzen, dann schickt das Handy die Adresse per Bluetooth ans Auto. Ich gehe jetzt auf Details und schon kann ich die Adresse starten und hier sehen wir auch, wurde vom Telefon empfangen und kann die Route im Endeffekt dann schon loslegen lassen. Wenn ich jetzt die Adresse außerhalb meines Fahrzeuges ans Auto sende, das könnte ich mal ausprobieren, indem ich die Zündung ausmache und das Fahrzeug abschalte, dann sehen wir jetzt auch hier, Auto wurde erkannt, Zündung ist nicht mehr an, Auto ist jetzt schwarz, das heißt, ist nicht mehr gestartet. Das heißt, ich sende jetzt nochmal eine Adresse ans Handy, äh, ans Auto und nehme einfach mal die gleiche Adresse, so, und sage ans Fahrzeug senden. Jetzt kommt wieder hier der Punkt, gehe auf senden und nun wird die Adresse an das ausgewählte Fahrzeug, also A250e Limousine, geschickt. Jetzt gehe ich also zu meinem Auto, lege mein Handy zur Seite, starte das Fahrzeug und in Kürze sollte gleich hier eine Nachricht antreffen. Wenn jetzt keine Push-Benachrichtigung kommt, sehen wir hier oben in der Ecke unter den Nachrichten einmal so einen kleinen Stern und wenn ich da draufgehe, sehe ich, alles klar, Point of Interest von Mercedes-Benz Connect, Autos anders, wurde als Ziel an das Fahrzeug gesendet. Wenn ich hier draufdrücke, wird die Zielführung gestartet werden. Ich kann es auch unter noch einem weiteren Punkt finden, indem ich in die Navigation gehe, dann tippe ich auf Wohin und dann kann ich hier letzte Ziele und empfangene Ziele auswählen. Wenn ich da draufgehe, sehe ich empfangenes Ziel, Auto aus Anderskehren, BH in Vechta, auswählen und schon kann ich auch hierüber die Route starten. Also super cool, ich kann beliebig viele Adressen als Navi senden, das heißt, wenn ich eine Route plane, ich kann zwar keine komplette Route ans Fahrzeug senden, aber verschiedene Ziele, die kann ich ans Auto schicken und dann im Auto meine verschiedenen Ziele auswählen. Ich hoffe, ihr nutzt den Tipp schon fleißig. Wenn nicht, dann wisst ihr jetzt, was ihr zu tun habt. Ich finde es wahnsinnig genial und nutze es eigentlich fast jeden Tag. Angekommen bei Tipp Nummer 3, bleiben wir in der Navigation und da habe ich jetzt schon das Öfteren gehört, dass vielleicht diese Einstellung aus Versehen eingeschaltet worden ist und man gar nicht so richtig weiß, was hat das eigentlich zu bedeuten. Ich kann nämlich meine Reichweite in der Navigationskarte anzeigen lassen und das sieht manchmal so ein bisschen verwirrend aus, weil das eine komische Darstellung ist oder wie so eine Wolke, die sich über die Karte legt. Deswegen gucken wir erstmal, wie funktioniert das eigentlich. Ich bin im Navigationssystem, gehe hier unten auf das Zahnrad und öffne damit die Einstellung, gehe auf Erweitert und habe dann hier unter dem Punkt Ansicht auch den Punkt Kartenelemente. Wenn ich auf Kartenelemente tippe, dann sehe ich einmal Sonderzielsymote, Satellitenkarte und die Reichweite, die ist bei Julien jetzt aufgeschaltet. Wenn ich die einschalte, dann wird jetzt gleich so eine Art Kartoffelkarte, so nennt man das oder so sagt man dazu, weil es manchmal aussieht wie eine Kartoffel, in der Karte erscheinen. Jetzt suche ich mich mal ein bisschen raus und schaue mal, was passiert. Da sehen wir es. Es ist also hier so ein grüner Schleier oder so eine Art Wolke auf der Karte und die zeigt mir an, wie weit ich jetzt mit der elektrischen Reichweite kommen würde. Da ist natürlich auch immer davon abhängig, wie sind die Straßen, wie ist die Topografie. Kann es mal sein, dass wir hier nur weniger weit kommen, als vielleicht auf dieser Seite, weil da die Straßenverhältnisse besser sind oder eventuell das Fahrzeug auf der Route dahin weniger Strom verbrauchen würde. Mal gucken. Ah, so kann man es nochmal besser sehen. Jetzt sehe ich zum Beispiel hier in grün die elektrische Reichweite und wenn ich noch weiter rauszoome, sehe ich gleich die gesamte Reichweite. Also das wäre jetzt meine gesamte Reichweite. Julian könnte also jetzt mit seinem Auto ohne Probleme mit diesem Tank nach Amsterdam fahren oder fast nach Berlin. Wenn er tanken würde, würde er es vielleicht sogar besser nach Berlin schaffen. Also so seht ihr, dass die Reichweite oder wie weit das Fahrzeug mit dem aktuellen Tankfürstand kommt und ich hoffe, das ist eine Erklärung für euch und ihr wisst jetzt oder vielleicht habt ihr euch öfter schon mal gefragt, was diese komische Wolke auf der Karte zu bedeuten hat und jetzt habt ihr die Erklärung dafür. Könnt ihr natürlich auch wieder ausschalten, indem ihr die Reichweite abwählt und dann habt ihr wieder eine ganz normale Karte vor euch. Schon sind wir bei Tipp Nummer 4 und da habe ich mal gedacht, das ist für mich total geläufig, aber vielleicht ist es nicht jedem bekannt und deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten. Wir haben ja erstmal hier an unserem Lenkrad unsere Volume-Taste, unseren Lautstärkeregler. Das heißt, ich kann durch Drehen lauter und leiser machen und oftmals ist es ja so, wenn ich kurzfristig den Ton ausmachen will, sitze ich hier und drehe das mal ganz schnell leiser. Aber es gibt eine viel einfache Möglichkeit und deswegen ist hier auch auf dem Lenkrad so ein Tonauszeichen oder so eine Stummschaltung angegeben. Würde natürlich für mich erstmal bedeuten, klar, wenn ich runterdrehe, wird es leiser, wenn ich hochdrehe, wird es lauter. Es gibt aber eine einfache Lösung, ich kann einfach auf diese Taste drücken und schon ist die Stummschaltung aktiviert. Und das geht nicht nur am Lenkrad, sondern auch sogar hier in der Mittelkonsole an meinem Lautstärkeregler. Auch hier kann ich lauter, leiser machen, hoch, runter und wenn ich draufdrücke, ist auch hier die Stummschaltung aktiv. Woran sehe ich, dass die Stummschaltung aktiv ist? Das können wir hier oben im Display sehen, das heißt Stummschaltung ein, oh, nochmal, jetzt können wir im Display sehen, Stummschaltung ein, Stummschaltung aus. In der Mittelkonsole ist auch neben dem Lautstärkeregler und dem Stummschaltung noch ein Ein- und Ausschalten, ein Ein- und Ausschalten-Symbol. Das heißt, wenn ich nur kurz draufdrücke, ist der Ton aus, wenn ich lange draufdrücke, kommt die Meldung im Display, ob ich jetzt mein System ausschalten möchte oder ob ich das Display ausschalten möchte. Tipp Nummer 5 ist auch tatsächlich ein wichtiger Tipp, den man, wenn man im Dunkeln fährt, eigentlich tagtäglich brauchen könnte. Wobei eigentlich nicht, weil wenn man in Multibündigkeit oder Fernlegassistenten funktioniert, der in den meisten Fällen eigentlich schon relativ zuverlässig. Aber dennoch gibt es Situationen, in denen man sein Fernlicht selber bedienen möchte und sagen möchte, jetzt Fernlicht an, jetzt Fernlicht aus. Es ist natürlich erstmal nicht möglich, so wie jetzt, es ist draußen hell, Lichtschalter steht auf Automatik, Licht sagt, Tagfahrlicht reicht, Licht muss nicht eingeschaltet werden. Das heißt, wenn ich jetzt mein Fernlichthebel bediene, passiert nichts, außer ich ziehe ihn zu mir und kann damit eine Lichthupe machen, kann aber nicht das Fernlicht einschalten. Wenn es jetzt dunkel wäre, kann ich natürlich jetzt gerade schlecht zeigen, würde das Abblendlicht im Tacho angezeigt werden und wenn ich dann mein Fernlicht einschalten würde, würde neben dem Abblendlicht so ein graues Fernlichtzeichen mit zum A drin erscheinen. Das heißt dann für mich, der Fernlichtassistent ist aktiv und würde automatisch das Fernlicht ein- oder ausschalten. Wenn ich aber jetzt möchte, dass das Fernlicht dauerhaft anlässt und sofort dann angeht, wenn ich es möchte, dann stelle ich mein Lichtschalter auf Abblendlicht dauerhaft ein und kann jetzt im Tacho natürlich hier das grüne Abblendlichtzeichen sehen. Wenn ich also jetzt mein Fernlicht einschalten möchte, drücke ich den Hebel einfach von mir weg und schon ist das Fernlicht dauerhaft eingeschaltet. Natürlich ist es dann aber auch so, wenn mir ein Fahrzeug entgegenkommt, blendet das Fernlicht nicht mehr automatisch ab, weil ich dem Auto ja gesagt habe, jetzt bin ich derjenige, der das Fernlicht bedienen möchte. Das heißt, ich muss es dann wieder manuell ausschalten, indem ich den Fernlichthebel wieder von mir wegdrücke. Auch das ein super einfacher Tipp, viele werden ihn sicherlich noch nicht kennen, also probiert es aus und ihr seid der Chef über das Fernlicht und könnt selber das Ganze steuern. Das waren unsere fünf Tipps, wenn ihr Bock auf unseren Displayreiniger habt, den ihr eigentlich fast wieder braucht, schaut auf unserer Homepage vorbei www.meinanders.tv Und damit würde ich mich verabschieden und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Joschka Gossel und hinter der Kamera Julian Giesecke vom Autohaus Anlass & Fechter.